Liebe Feuerwerksfreunde und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns mal die Batterie Red Blue von Funke anschauen. Sehr schöne Batterie mit wunderschönem Design. Einfach immer wieder schön. Es handelt sich hierbei um einen 16 Schüsser von Funke mit einer NEM von 128 Gramm. Wirklich eine kleine Batterie, die es aber in sich haben sollte. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal an, ob es überzeugen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017